Sorry, Kollege und San Diego. Was? Warum kenne ich den nicht? Home Invade? Wenn der Kollege fällt, lass mal gerne... Einmal die Glocke schalten, damit kein Video mehr verpasst. Goldie, vielen Dank für die 30.000 Channel Points hier auf dem Twitch-Chat. Liebe geht raus an den A-Squad. Warum kenne ich den noch nicht? What? Wie kann es sein, dass ich einen Kollegah-Song noch nicht kenne? By the way, es gibt noch viele, die ich nicht kenne. Egal, rein in die Reaction, let's go. Ey, das ist... Das ist... Das ist... Ne, ne, ne... What? Warum kenne ich den jetzt? Ey, ohne Witz. Ich bin gerade so geflasht. Ohne Witz. Das Direction, Vordirection ist eigentlich das Highlight. Ich habe den Song wirklich noch nie gehört. What? What? Ey, Marc, servus. Der Boss ist back. Stumme Schreie. Ey, es geht schon wieder los. Von und Blasen, keine Ahnung. Obwohl ja gut, vielleicht von Blasen, keine Ahnung. Anyway, nachdem der Überboss die Nackenwebe knackst, macht der ganze Stadtbezirke wie ne Abrissbinne platt. Dein Bekanntschaftszirkel macht mir ein auf geisteskranke Killer, doch macht Minus auf der Street, so wie Einwalt Strassenschilder. Meine Zeilen malen Bilder wie Van Gogh mit dem Farbpinsel. Fliegt per Helikopter, zu Lofts auf Privatinseln. Checkt, dass ich der Boss und dem Staat King will. Smart Grinsen. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin wirklich echt gerade geflasht. Der Punkt ist einfach, glaube tatsächlich, dass du den nicht kennst, weil der bei den meisten Kohle-Fans wahrscheinlich nicht mal Top 100 ist. Also was die Fave-Songs angeht. Prongus Dongus, vielen lieben Dank. In den Chat rein. Das Krasse ist jetzt mal wirklich. Es sieht aus einfach wie der Undertaker. Es könnte auch so ein Wrestling-Song sein. Ich habe noch nicht mal diesen Titel irgendwo gelesen. Es ist wirklich sick. Und ich scrolle auch in der letzten Zeit immer und immer wieder YouTube durch auf das Suche nach Songs und so. Und denke, okay, was habe ich noch nicht gehört? Was habe ich noch nicht gehört? Und ich bin heute erst durch die Kollediskografie, also jetzt so ein bisschen auf seinem YouTube-Sanal, und habe geguckt und habe gedacht, okay, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich bin darauf, ist das crazy. Ist Pop Smoke, ist Pop Smoke nicht ein Artist? Ist das nicht, äh, RIP, RIP? Ich weiß nicht, aber ich glaube, Pop Smoke, da klingt es irgendwie. Ist das nicht ein Artist, ein US-Rapper oder so? Wahr? Ich bin mir, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Sorry, falls ich da in ein Wespennest drehe oder so, aber ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. RIP? Okay. Rest in Peace, Pop Smoke. Da hatte ich, okay, RIP, okay, 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 okay. Okay, Rest in Peace auf jeden Fall. Aber da hat es geklingelt gerade bei mir. Sorry dafür, ich wollte nur mal. Von den ersten Deutsch-Rapper Toten sehen. Bullet Rain in dein Kopf. Pop Smoke, Home Invade. Home Invade. Pop Smoke, Home Invade. Wir begrüßen dich per Kopfstoß an NRW. Home Invade. Pop Smoke, Home Invade. Halt ne Rede bei deinem Funeral am Rosenbild. Es ist Juri Luciano, Kollege Corleone. Sunny Majalanski, fehlerlose Quote im Ghetto. Hier ist jeder melancholisch. Blut Diamanten aus Sierra Leone. Vom Dealer zum Star, wie Karim Benzema. Spieltechnisch stark, wie Paris Saint-Germain. Ich muss Rache nehmen und auf Nacht nach Gebet sein. In dein Stadtbezirk ein, so wie Ruffy GF5. Carly Kusch, Aventus Creep. Bin ich jetzt krass, wenn ich sage, okay, also Juri, habe ich schon mal gehört so. Aber ist es vielleicht so heftig, wenn ich sage, Asche hätte der Part besser gestanden. Das ist jetzt auch gar nicht so böse gemeint so. Aber gerade als er mit Ruffy angefangen hat, da habe ich noch den einen Asche-Part im Ohr. Von was war denn das? Von irgendeinem Song. Und da muss ich so krass dran denken. Ich meine, es hört sich ganz nice an, aber ist nicht so hundertprozentig meins, wenn ich ehrlich bin. Ey, Sandy, vielen lieben Dank. Danke schön, danke schön, danke schön. In dein Stadtbezirk ein, so wie Ruffy GF5. Carly Kusch, Aventus Creep. Dein Talent Musik, mein Talent, ich schieß. Die Bitch hat Doppel C, wie ne Chanel Boutique. Steig in den SUV, Prada Cups, explosiv. Jede Nacht wenig Schlaf, Polizei, Tränen, Gas. Augen rot, nicht vom Joint, full ice out, hegen das. Du Gottloser, warum ist die Rolly fake? Wir besuchen dich wie Pop Smoke beim Home Invade. Yeah, Goldplates auf dem Kurbestick. Die Hook ist schon geil, oder? Also die Hook ist halt sehr, 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 sehr breit gebaut, muss ich sagen. Aber es ist schon eine coole Hook, auf jeden Fall. Kolles Part war geil, auch mit dem Style irgendwie. So habe ich Kolle gar nicht so, also ist mal was Neues, was ich so von ihm sehe, vom Stil her. Juri hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber das Video ist natürlich sehr, sehr, sehr statisch, ist cool. Ich weiß noch nicht, was dieser Silberpfeil ist. Pop Smoke Home Invade Wir begrüßen dich per Kopf, Stoß in NRW Home Invade Pop Smoke Home Invade Halt ne Rede bei deinem Funeral am Rosenbild Es ist Ani, Majalanski, Kollegah Corleone Juri, Luciano, Hochkaräter wie im Rolex Save Du musst in die Not-OP-Patron regnen, die Toka Spray Dein Crush ist zwar kein Zombie, aber heute ist ein totes Date Overtake, Gold im Game, Norman Bates, Poker Face Hator Aids, Ballern aus dem Drop Top, Open Stage Cookspakete, Dinger auf der Straße drehen wie Rollerblades Bruder, nämlich Ben Grimm, ich bin immer Stomp Okay, here we go, dankeschön, Sunny, dankeschön, welcome back Stage, Cookspakete, Dinger auf der Straße drehen wie Rollerblades Bruder, nämlich Ben Grimm, ich bin immer Stomp Ich drehe, keine Motorsege, aber große Chains Wie die Golden Gate, da schau, bis es fake Dein Solo-Tape, Hohrenkrebs, Bullen machen Auge Wie bei Smoking Aces, denn ich bin verwickelt In nem Drogencase, wie das Busten ohne Haze Inner Trust, Polystate, du wirst aus dem Studio Gezerrt, so wie die Vocalchains von Pauze und Drake Vor deiner Wohnung ein Totenschädel Ich könnte sagen, was ihr wollt, also das ist wahrscheinlich Auch ne persönliche Präferenz, aber San Diego Gefällt mir so gut, ich mag ihn einfach Den kannst du hören, warum ist es so Ich hab mir auch schon versucht, die ganze Zeit mehr rauszufinden, warum das so ist Aber seine Stimme ist so gefällig Im positivsten, wirklich bestgemeintesten Sinne Ever, ist so gefällig, dass ich die In jeder Stimmungslage hören kann, manche Rapper Kann ich nur hören, wenn ich irgendwie, keine Ahnung Agro drauf bin, traurig drauf bin, happy drauf Bin, weißt du so, aber ihnen kann ich irgendwie Man könnte jetzt auch sagen, böse Zunge Er hört sich monoton an Ich würde eher sagen, er ist in jeder Stimmung Passend, also für mich persönlich Also ich kann schon sehen, warum ich den Song wahrscheinlich nicht gefunden habe Wie gerade, ähm, äh, deine User Hier beim M.A. Squad in Jet, Liebe geht raus Wenn du auch mal Bock hast, komm gerne bei uns Auf dem Twitch-Chat vorbei Ähm, geschrieben hat, weil der Song ist so Leicht generisch, also finde ich persönlich Ja, okay, gut, kann man mal machen Kolle und Sunny ist natürlich immer geil Auf einem Track drauf Juri geht so ein bisschen für mich unter Persönlich Ist jetzt nicht so ein krasses Ding, wo ich sagen würde Oh, aber es ist krass geil Dass ich trotzdem immer noch, immer noch, immer noch Songs höre und Songs entdecke Die ich einfach noch nicht mal als Thumbnail Auf YouTube gesehen habe Und das ist immer so dieser Überraschungseffekt Den ich so cool finde Und ich feiere das mittlerweile so ab Weil ich kenne die Rapper Ich kenne Songs Weißt du, was ich meine? Und es macht einfach Spaß Nice Okay, mache ich das mit meiner Apple Watch Mit meinem, äh, Besser Net Wobei, die ist wasserdicht Die ist wasserdicht Ey Vielen lieben Dank, Goldie Vielen lieben Dank nochmal für deine 30.000-Seilen-Points Liebe getraut an den Goldie Licious 30.000-Seilen-Points eingelöst Wenn du auch mal 30.000-Seilen-Points Anlösen willst Oder in der Lage dazu sein willst Komm gerne bei mir auf dem Twitch-Chat vorbei Twitch.tv Und freut mich wirklich Ey, vielen lieben Dank nochmal